Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema über und zwar der App Store, der Apple App Store, der Mac App Store, der iOS App Store, also alles was App Store ist irgendwie gerade, hatte diese Woche ein paar Schlagzeilen was das so, was das angeht das erste, vielleicht nicht ganz so spektakulär krasse, ist dass die Mac App Store Zahlen wohl zurückgehen also der Apps, die da eingereicht werden und das soll wohl sogar nicht, sogar relativ beachtlich sein, also es waren vorher wohl irgendwie so 350 bis 400 Apps pro Monat, die da quasi reingegeben wurden und jetzt sind es wohl nur noch unter 200 oder sowas und Prognose fallend, ja Prognose fallend hast du eine Idee, woran es liegen könnte warum die Entwickler sagen, nee App Store will ich nicht, mal abgesehen von den Preisen, also von den Entwickler Fees, die sie da halt abdrücken müssen vielleicht einfach, weil dadurch, dass ja im Prinzip iPad Apps, also dieses Universal Apps Ding, ja auch viel größer geworden ist mit den M1 Prozessoren, dass man halt jetzt sich eher darauf konzentriert, eben eine iPhone App und eine iPad App zu bauen und dass die iPad App eben auch Mac-kompatibel ist und dann quasi keine zusätzliche Mac App mehr notwendig ist das wirkte ja eh immer so ein bisschen weiß ich nicht, stiefmütterlich, ehrlich gesagt der Mac App Store, hatte ich immer das Gefühl, das war mal so ein bisschen so, ja man hat einige Sachen da gefunden aber eigentlich auch nicht so super viel so und dann ist ja auch immer irgendwie eingeschränkt, weil viele also gerade Programme, die so irgendwie systemmäßig irgendwas eingreifen oder so funktionieren ja quasi auch gar nicht unbedingt immer alle Sachen, wenn man die App Store Version hat, dann braucht man quasi doch die Version, die es nur über die Webseite gibt und weiß ich nicht, also vielleicht ist es auch einfach so ein Ding wie auf Windows so also Windows Store ist auch einfach spektakulär gescheitert so, weil am Ende hat man mit so einem mit so einem Computer einfach die Möglichkeit ja alle möglichen Apps runterzuladen, ohne dass die in irgendeinem Store drin sein müssen klar ist es geiler irgendwie für Updates oder so, dass man quasi immer die neuesten Updates bekommt der die irgendwie über einen Store runterladen kann wenn die App quasi keinen automatischen Update-Checker drin hat man nicht selber nachgucken muss oder so aber es gibt halt Einschränkungen für den App Store die Entwickler müssen dann auch quasi Prozente abdrücken und auf einer Plattform, wo sie es quasi nicht unbedingt einsehen das zu machen, weil es halt eine andere Möglichkeit gibt so und dann kaufst du dir halt eine Software-Lizenz und da gibt es ja auch genügend ja Anbieter, die die eben diese dieses Gumroad und so, wo du quasi Apps kaufen kannst und dann halt einfach so einen Software-Schlüssel bekommst das ja sogar irgendwie mit Apple Pay machen kannst das ist ja auch in drei Sekunden gekauft oder so ja, das könnte ich mir gut vorstellen dass gerade dieser M1 also dieser Schritt zu M1 Macs das so ein bisschen kannibalisiert hat einfach, weil man warum noch eine Mac-App bauen, wenn man auch eine iPad-App bauen kann die auch Mac-kompatibel ist das macht ja selbst macht ja selbst Apple die machen es nicht so gut, muss man sagen zum Beispiel mit der Home-App ähm, das ist ja eher so ein kleines Desaster aber ja, also ich meine selbst die bringen keine native Home-App für den Mac so, sondern da was man sich mal vorstellen muss so, also bevor es diese diese iPad-App auf dem Mac gab gab es keine Möglichkeit vom Mac aus dein Smart Home zu steuern also hä? nicht jeder hat halt also schwierig das ist doch das ist ja absurd klar, du kannst die ganze Zeit ähm den den ähm die ich müsste das jetzt listern sonst sagt die wieder Siri äh halt fragen, ob sie irgendwie Licht anmachen kann oder so aber wird es ja auch nicht immer ähm entsprechend ja, weiß ich nicht kann ich mir gut vorstellen, dass das wenn selbst Apple nicht die ja, nicht die Kohle nicht die nicht die Zeit von irgendwelchen Entwicklern bereitstellt, um eben eine geile Mac-App für ihre wichtigsten Features oder für die einfach so Standard-Dinger zu programmieren Wetter ähm ja, warum dann irgendwelche Entwickler die vielleicht zu zweit, zu dritt sind oder so dann sich den Aufwand machen ähm eine Multi also quasi für jede Plattform eine App zu schreiben statt halt iPad und iPhone und dann die iPad-App einfach auf dem Mac zu portieren ja, das ist eine gute Begründung ja, also ich habe auch die ganze Zeit überlegt woran es vielleicht liegen könnte ich meine, am Ende liegt es ja auf der Hand so, klar, ich habe ja gerade gesagt wir klammern dieses Geld-Ding mal aus ne, aber natürlich verdient Apple äh, wenn du es über deine Webseite anbietest eben nichts mit ja, so, dann kannst du halt das ganze Geld einstreichen ähm oder machst du halt den Mac-App-Store teurer dann kauft sie vielleicht wieder niemand und sagt, ja, dann kann ich die vielleicht auch woanders holen und die sehen, okay Mac-App-Store kauft auch keiner dann kann ich es auch weglassen äh, und mir die auch die Entwicklergebühren vielleicht pro Jahr sparen oder whatever ähm, das also, ich sag mal so ich finde es ja auch wirklich nicht schlecht dass es den Mac-App-Store auch gibt zum Beispiel, weil ich halt wie du sagst, mit Updates ist cool ähm, äh ich finde generell gut das ist ja eine App-Store-Geschichte generell also, was ich da sehr mag ist so dass ich ja meine Abos im Blick habe ne, die ganzen Apps und so das, äh geht ja theoretisch beim Mac-App-Store auch äh, dass ich da halt einfach sehe wo, wo wird was abgebucht und, ähm wo läuft es, ohne jetzt irgendwie jede App selber durchsuchen zu müssen wo ist da das Abo wo kann ich das kündigen das ist ja alles gar nicht schlecht aber, äh was mich zum Beispiel am meisten stört und ich kann mir vorstellen dass es auch ein Grund ist warum die Leute vielleicht den Mac-App-Store gar nicht so nutzen du hast halt immer noch nicht obwohl es eigentlich ja angeblich mit iOS 14 und macOS äh, ähm Big Sur damals glaube ich eingeführt werden sollte dass du auch, ähm so eine Art Testversion von Apps erstmal testen kannst also im Mac-App-Store ist es ja dann auch take it or leave it so also nimm du kannst es halt nicht testen wenn ich über die Entwicklerseite gehe habe ich meistens immer irgendwie sieben bis dreißig Tage irgendwie kostenlos mir Zeit mal die App anzugucken oder das Programm auszuprobieren ob das was für mich ist oder nicht ja im Mac-App-Store muss ich es direkt kaufen so das also ich finde wenn sie das schon mal alleine ändern würden und ich hätte so eine Art Button so mit Demo ich meine das könnte man ja steuern dass die App einfach nach 14 Tagen nicht mehr aufgeht oder so das ist ja nur kein Problem ja gerade über den Mac-App-Store kannst du ja steuern genau das einfacher geht es ja bald gar nicht dann wahrscheinlich und das wäre halt so ein Ding wo ich sage dann würde ich auch mal die eine oder andere App eher noch über den Mac-App-Store beziehen wenn ich mir das vorher angucken könnte und nicht dann so ein bisschen die Katze im Sack kaufe weil es irgendwie nur drei Bewertungen gibt und so und eine davon ist auf Spanisch und die andere ist irgendwie so nur einen Satz drin und hat aber irgendwie dreieinhalb, vier Sterne vielleicht auch nicht so gut keine Ahnung die Screenshots sind veraltet weil da sind teilweise manchmal bei Apps irgendwie Screenshots drin die wirklich noch so die alten stahlgrauen Menüleisten hier haben und so oder dieses Feinderfenster und sowas alles sind das ist ja also das ist nicht schön und dazu kommt wahrscheinlich aber auch noch dass die Entwickler einfach gar keinen Bock mehr haben auf diese ganze App-Store-Review-Geschichte weil sie halt einfach laufend Sachen abgelehnt bekommen also man hört seitdem das mal ein Thema war immer wieder von Leuten die ihre Storys erzählen und wie oft da was abgelehnt wurde und wie oft Apple gesagt hat nee und ändert das mal das ist zu nah an Apple dran oder das ist zu dis und das ist zu hier also vielleicht haben sie sich das auch ein bisschen selber verbaut und vielleicht ist es wirklich so stiefmütterlich am Ende dass sie es vielleicht selber schon so ein bisschen aufgegeben haben da noch so viel reinzustecken ich meine gut das ist immer ein guter Weg dann ihre eigenen Apps zu vertreiben also Final Cut und und so weiter da fällt mir gerade ein Final Cut kann man doch aber kostenlos testen und Logic doch auch das weiß ich nicht das kann man auf jeden Fall das wurde vor einer Weile mal eingeführt haben wir auch hier drüber gesprochen das ist aber schon ein Jahr her oder so das Problem ist ich kann es natürlich jetzt nicht sehen im Mac App Store weil ich die beiden Programme gekauft habe warte ich gucke mal eben bei Logic das habe ich nicht ja kannst du ja mal gucken das wäre ganz cool oder vielleicht geht das auch nur wieder auf eine Webseite das wäre ja sehr lustig ich klicke jetzt hier auf 199 Euro nee okay dann nee gibt nur den Button kaufen aber es gibt auf apple.com eine Logic Pro kostenlose Testversion die kann ich mir darüber tatsächlich runterladen 90 Tage kostenlos testen also muss ich eigentlich nichts mehr zu sagen das ist ja schwierig ja ähm das ist wirklich schlecht also das muss man jetzt einfach mal sagen das ist einfach wirklich dass das nicht über den App Store funktioniert ich meine ähm na gut okay es sei es drum aber es ist äh ja es ist eigentlich traurig wie gesagt weil eigentlich gut dass es sowas gibt und man alles so ein bisschen da hat irgendwie der Gedanke dass alles was ich auf meinem Mac habe über den Mac App Store äh bezogen wird ist ja auch an sich gar nicht schlecht weil von der Sache her ich kaufe mir einen neuen Mac und kann dann wenn ich den jetzt nicht aus dem Time Machine Backup wieder hervorrufe kann ich einfach in den Mac App Store gehen wie auf dem iPhone theoretisch ja auch ne und äh einmal überall klicken und mir meine ganzen Apps wieder runterladen du musst nicht irgendwie tausend Seiten irgendwie absuchen und gucken was hatte ich denn da drauf was war das nochmal und so ähm alles schon nicht schlecht ja aber äh lustigerweise übrigens über die Apple Webseite lädt er tatsächlich eine Package Datei ähm also er linkt quasi noch nicht immer in den App Store sondern es ist halt wirklich so wie es jeder andere Developer halt auch macht also du beziehst es einfach über deren Webseite ähm das ist doch komisch na scheint nicht drin zu sein ne ne also wie gesagt ich kann das immer mehr verstehen dass die Leute da das einfach nicht nutzen es wird jetzt auch nicht so prominent irgendwie beworben ne das ist hier das lebt hier oben im Apfelmenü irgendwie so drin äh der App Store so das äh wenn er nicht nutzt dann nutzt er den halt eben nicht ähm obwohl es da ja auch einiges gibt aber wie gesagt vieles kostet halt wirklich auch Geld es sind ja auch sind ja auch Mac Apps so ist ja auch klar dass die nicht nicht alle 1,99 kosten können ähm aber dass das so dass ich dann nicht einfach mal die Möglichkeit hab sowas auszuprobieren und äh also das ist wirklich schade ja das ist wirklich schade und äh ja vielleicht ist ist es ja schon abgeschrieben oder so keine Ahnung obwohl wie gesagt ihre eigenen Sachen vertreiben sie ja darüber und auch ähm wenn macOS ah ne die die nee es war früher es war früher dass du macOS Updates auch über den App Store geladen hast das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so ähm also gut ja vielleicht gucken sie mal vielleicht vertreiben sie ja einfach ihre Software auch nur noch über ihre Webseite später und machen den Mac App Store irgendwann dicht so ja kann natürlich sein und dann gibt es dann nur noch wenn irgendwann dieses ganze M1 Thema so aufbricht dann gibt es nur noch einen großen App Store nachher wo alles eh irgendwie läuft alles vom iPhone wenn der Entwickler wollte ähm äh und alles vom iPad läuft dann auf Mac und umgekehrt und dann ist es einfach nur noch alles ein großer ein großer Brei von Apps ja das könnte auch noch sein äh und dann noch ganz eine Sache noch es gibt ein bisschen neue Regeln Apple ist so ein bisschen zurückgerudert was das angeht ähm was Abos über den App Store quasi angeht früher oder bis jetzt ist es ja immer noch so dass ähm Anbieter also viele Leute zum Beispiel oder viele Firmen zum Beispiel Netflix sind ja irgendwann davon abgerückt zu sagen dass Leute über ihr über die App auf dem iPhone Netflix Abo abschließen können haben die einfach keinen Bock drauf gehabt weil Apple nimmt halt Geld wir wissen auch mittlerweile natürlich weniger als diese 30 Prozent bei Netflix und bei Amazon und so war es ja dann doch ein bisschen weniger gewesen weil diese Sonderdeals hatten ähm aber äh Netflix will natürlich kein Geld verlieren und hätte dementsprechend äh das Abo natürlich auf der iOS App teurer machen müssen um das wieder auszugleichen deswegen haben sie sich vor langer Zeit schon dafür entschieden das einfach nicht mehr zu machen und ähm Apple war dann ja damals auch so ein bisschen böse und dann ging das auch ein bisschen hin und her und dann war auch die äh oder Apples Apples Ansage sag ich jetzt mal dass du als also du hast Netflix aber bei einer Anmeldung also wenn jetzt jemand kein Netflix Konto hat und dann die Netflix App zum ersten Mal öffnet dass da kein Link sein darf der auf die äh Netflix Webseite führt um da das Abo dann abzuschließen also da haben sie ihnen quasi den Weg versperrt ja das war ja bis hierhin auch immer noch so ein Riesenthema und ähm ähm Apple hat jetzt ich weiß nicht warum sie es jetzt einfach so machen es wirkt so ein bisschen wie so ein ja so ein Rettungsversuch irgendwie also irgendwie so wir wollen mal wieder gut dastehen nach außen als auch nach dem anderen allen was wir jetzt auch schon besprochen haben was jetzt vielleicht nicht so gut gewirkt hat ähm ich glaube dass keiner das ihnen positiv gut abnimmt und sagt Mensch die wollen uns endlich mal einen Gefallen tun sondern dass jeder schon so ein bisschen irgendwie sieht wo das herkommt und ähm und äh genau und jetzt ist es so dass sogenannte Reader Apps ich dachte erst das sind wirklich nur Apps die also Reader sind irgendwie also keine Ahnung die sind so äh keine Ahnung NetNewsWire oder sowas ähm die sind jetzt dann wohl ab 2000 das habe ich jetzt hier nicht zu stehen das hätte ich mir eigentlich aufgeschrieben ähm ist glaube ich ab 23 oder so ist das nee 22 Anfang 22 ähm und dass sie auch weiterhin äh ich zitiere mal bevor die Änderung Anfang 22 äh 22 in Kraft tritt wird Apple seine Richtlinien und den Überprüfungsprozess aktualisieren um sicherzustellen dass Anwender und Anwenderinnen von Reader Apps auch weiterhin den App Store sicher nutzen können In-App-Käufe über das Handelssystem des App Store bleiben die sicherste und vertrauenswürdigste Zahlungsmethode für alle aber Apple wird auch die Entwickler und Entwicklerinnen von Reader Apps dabei unterstützen den Nutzern und Nutzerinnen einen bestmöglichen Schutz zu bieten wenn sie sich mit einer externen Webseite verbinden um Einkäufe zu erledigen was einfach ähm runtergebrochen heißt äh Netflix und Co und Spotify und so weiter dürfen ab Anfang 22 dann wenn das dann alles durch ist äh quasi jetzt auch wieder verlinken und auf eine Webseite verlinken und da dann auch ein Abo abschließen ne also äh Apple ist da aus Gründen zurückgerudert ja eventuell ähm hat sich das aber bis dahin eh erledigt weil in Südkorea gab es jetzt ein Urteil das Apple und Google verpflichtet ähm eine Möglichkeit zu geben dass man quasi Käufe In-App-Käufe mit einem anderen Zahlungsdienstleister durchführen kann als quasi Apple oder eben Google ähm das heißt genau das was beispielsweise Epic ähm mit seiner Klage ja erreichen wollte dass man eben keine Ahnung per Paypal oder per Kreditkarte direkt seine V-Bucks kaufen kann um eben diesen ja diese 30 beziehungsweise also 30% bei Spielen übrigens ähm die neuen Regeln gelten auch nicht für Spiele sondern eben nur für Reader-Apps ähm um das eben zu umgehen und es wird tatsächlich Spiele machen zu viel Geld ja Spiele machen zu viel Geld 100% ähm dass wenn dagegen verstoßen wird dass 3% äh das Revenue in diesem in diesem Land quasi also in Korea aber komplett alles nicht nur App Store sondern iPhones, iPads alles quasi als Strafe gezahlt werden muss ähm das könnte tatsächlich ganz schön ordentlich pfeffern weil so also wenn man nur mal eben 3% von seinem gesamten Einkommen aus einem gesamten Land zahlen muss das äh tut weh und dass sich das wahrscheinlich auch auf andere Länder ausweiten wird ähm dass das eben auch weltweit gilt das wäre natürlich krass weil dann hätten wir genau das was Epic erreichen wollte die neuen App Store Regeln ja braucht man da nicht mehr weil äh es können quasi eh alle Apps ähm eigene Payment Processor einbinden ähm fände ich krass irgendwie also ich ich kann mir gut vorstellen also und vor allem das ist ja also ich weiß jetzt nicht genau die werden jetzt mit Sicherheit nochmal in Revision gehen so also ich glaube nicht dass sie sich das so gefallen lassen ähm vielleicht können sie aber auch gar nicht in Revision gehen das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau ähm da bin ich mit dem südkoreanischen Recht klingt irgendwie nicht so also es klingt schon sehr beschlossen irgendwie eigentlich sehr beschlossen ähm der dann äh ist auf jeden Fall so die Services Sache ist dann da müsste dann Apple ein bisschen gucken weil wenn dann an quasi die ganzen warum sollte die größten Spiele Apps die eigentlich am meisten Kohle in den App Store bringen dann sagen yo dann bleiben wir bei Apple Pay oder bei dem Apple Store äh Payment Processor bleiben da bei den 15% oder nee 30% müssen die ja sogar noch zahlen ähm statt halt einfach ihren eigenen Payment Processor den sie ja beispielsweise in allen anderen Apps wo sie das auch drin haben oder wahrscheinlich schon vorher drin hatten ähm auch mit einzubinden und noch zusätzlich im Prinzip ja 30% mehr Umsatz zu machen auf einen Schlag äh weil sie dann eben nichts mehr an Apple abführen da bin ich mal gespannt wie sie das dann machen wollen ob das dann irgendwie ob sie dann so ein Developer quasi einfach so ein Flat Fee zahlen müssen oder so oder pro User ähm weil also irgendwie muss ja Apple trotzdem noch Geld verdienen mit dem App Store ähm und irgendwo also haben sie sich ja auch verdient Geld zu verdienen weil also komplett kostenlos den Store sehe ich irgendwie auch nicht so weil ähm alleine wenn du dir anguckst also auf Xbox Playstation ist das ja auch so da zahlst du ja auch irgendwie 30% alleine weil eben die Hardware die da bereitgestellt wird ja quer subventioniert wird mit den Spielen eben also die Hardware ist ja sehr viel günstiger als sie eigentlich kosten würde weil die Spiele eben dann mehr kosten ähm und dass eben darüber einfach subventioniert wird äh und genauso ist es mit dem iPhone also nur du hast ja trotzdem als als Entwickler kein Anrecht darauf äh zu sagen ja aber die iPhones existieren ja dann muss ich ja auch gratis dafür Apps entwickeln dürfen ähm wo eben Apple ständig hinterher ist neue Sachen zu entwickeln irgendwie ihre eigene äh Codesprache zu entwickeln weiterzuentwickeln dir irgendwelche APIs an die Hand zu geben und so ähm und dann zu sagen so die 100 Euro 100 Dollar im Jahr die du uns für deinen Developer Account zahlst die reichen aus ähm dafür dass du dann im Zweifelsfall keine Ahnung mehrere 100.000 10.000 oder eine Million oder so äh im Jahr eben mit über unseren App Store mit unseren Usern verdienst so also es ist ja trotzdem ja besteht ja trotzdem also das klingt dumm aber so ein Anrecht darauf weil sie das eben erarbeitet haben ne das ist schon das ist schon okay und das ist ja auch was Apple sagt ne also ähm und da bin ich jetzt echt gespannt was das jetzt also was dieses Urteil jetzt dann was die sich jetzt ausdenken dazu wie was sagen sie jetzt weil sie müssen es ja dann irgendwann auch also sie müssen es ja weltweit dann auch anwenden und damit hat ja auch beispielsweise die ganze Epic ähm Epic Lawsuit gegen Apple ist ja dann eigentlich auch so durch ähm weil das genau wollten sie ja haben ähm lassen sie es dann einfach fallen oder so wobei da geht es ja noch um viel mehr Geld und so aber ist das wirklich weltweit jetzt dann abgesegnet ist das nicht nur für Südkorea dann äh ähm das habe ich nicht so ganz äh es ist erstmal für Südkorea aber dadurch dass jetzt quasi ja wie so ein ähm ja Präzedenzfall ne eingeführt wurde ja werden alle kommen werden halt alle kommen und sagen so ja aber in Südkorea ist das doch genauso was ändert jetzt der südkoreanische Markt gegenüber dem deutschen griechischen spanischen was weiß ich so ähm und da gibt es ja in jedem Land gibt es ja genügend Anbieter die sagen jo ähm ich würde gerne auch ich würde gerne auch auf die 30% äh verzichten so ähm entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ groß dass es eben auch irgendwann weltweit ist alleine weil ja auch generell der Tonus so ein bisschen in die Richtung geht also das hat Apple versucht das ja immer wie du gesagt hast so ein bisschen als ein Entgegenkommen zu formulieren wenn sie dann irgendwie die die Regeln lockern die sie vorher selber eingeführt haben so ähm aber ja es wirkt aktuell nicht so als würden sie da jemals rauskommen ähm oder drumherum kommen ich weiß es nicht vielleicht zaubern sie dann auch aus dem Hut und sagen so ja aber das ist halt wirklich sicherer und ähm wir können das dann nur unter bestimmten Auflagen machen dann müssen die für Zahlungen trotzdem immer noch 8% zahlen oder was weiß ich keine Ahnung ähm denen würde schon irgendwas einfallen die haben ja ganz gute Anwälte nehme ich mal an äh ich denke auch ich denke auch dass sich da auch schon so ein so ein Plan B schon lange mal irgendwie ergeben hat was ist wenn doch mal einer kommt und das irgendwie klappt oder so ne verschiedene Modelle werden da sicherlich irgendwie geführt werden von Apple intern dass das dass es dann irgendwie ja klappt also es ist wirklich krass wenn das wirklich durchgeht äh und das alle dann betrifft alle Länder dann bin ich da wirklich sehr gespannt äh ich meine klar wir als User uns ist es eigentlich egal ne also wir wo das Geld am Ende aufgetrennt wird äh wir zahlen ja den Preis ganz normal ähm aber es ist wirklich krass also wenn da wirklich andere Zahlungsdienstleister dazwischen geschaltet werden können und komplett den Weg an Apple vorbeigehen ähm ich glaube nicht dass es passiert ich glaube wirklich dass da irgendwas kommt dann was wieder aushebelt oder äh dass so lange wirklich in doch noch dann in Revision gehen kann vielleicht jetzt nicht für Südkorea aber dann für die für die anderen Länder äh dass das ewig dauert bis du dann alle Länder mal durch hast und dann gibt es ja da wahrscheinlich auch wieder noch tausend andere Geschichten die da geklärt werden müssen ähm ich weiß nicht wie große Firmen damit damit argumentieren können wie viel Einnahmen ihnen dann wirklich entfallen ja wenn sie das dann offenlegen würden äh wie viel Geld ihnen da flöten geht dann das können sie ja sicherlich irgendwie prognostizieren äh wie das dann auch wieder äh damit ins Gewicht fällt keine Ahnung das ist auf jeden Fall spannend und ich bin sehr gespannt äh wie das weitergeht und hoffe dass wir da noch mal ein bisschen was hören und äh äh also das ich hab ja gesagt dass wir reden jetzt nur so über Apple aber das betrifft halt auch Google so mit ja stimmt das ist wichtig ähm und dass Google bereit ist da ja interessante Wege zu gehen hat man ja auch gesehen als die Nachrichten kamen dass äh Google überlegt hatte einfach Epic zu kaufen ähm um stimmt ja quasi dieser dieser Klage aus dem Weg zu gehen ähm dass sie eben auch diese 30% verlangen ähm weil das war ja auch schon die haben ja schon sehr viel interessante Sachen gemacht und auch irgendwie diesen Deal äh dass der Epic Game Store auf ähm OnePlus Smartphones glaube ich vorinstalliert wurde ähm das haben sie ja auch unterbunden indem sie irgendwie gesagt haben OnePlus ihr kriegt dann dafür irgendwie mehr Kohle von uns so ähm also die werfen da schon mit Geld um sich und das hat schon einfach man sieht ja was das für eine Signifikanz hat wenn sie sagen okay dann kaufen wir einfach die Firma die uns wahrscheinlich verklagen will auf mehrere und es kostet ja also ich meine Epic war ja jetzt ist ja trotzdem nicht günstig so ähm auch damals schon nicht äh mit Fortnite da war das ja schon mehrere Millionen Milliarden wert keine Ahnung ähm und ja wenn man mal so ein bisschen was locker machen will schauen wir mal die sind auf jeden Fall ähm wird interessant wir werden es sehen ähm nur die Zeit wird zeigen was die Apple und die Google Anwälte da wieder aus dem Hut zaubern um sich daraus zu winden oder sie kaufen einfach alle Firmen auf einfach alles sie kaufen einfach äh alle Länder die Europäische Union sie kaufen einfach die Welt Apple könnte das auch locker machen wenn die irgendwie Amazon noch mit ins Boot kriegen oder so dann ist das eh vorbei dann ist das äh das ist quasi perfekt und dann wird wird einfach alles groß und alle großen Buden werden aufgekauft die irgendwie wirklich gefährlich werden könnten was das angeht und dann ist auch wieder Ruhe so